Nicht erschrecken, das scheitert im Moment daran. Das habe ich seinerzeit mal händisch rausgeschrieben. Eine Tabellebau. Hier ist ein Riesensaustall. Ihr seht, ich habe hier rosa Fliesen. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht, Wahnsinn. Ein Meku. Und da rückblickt auch noch zwei Zentimeter. Freikheit, oder? Von und zu rüber aus. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flippersteinschmerz, alter Knack aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wiener Wald. Nicht erschrecken, ich bin nicht im YouTube-Videostudium seit Klassik der Sättelknecker. Nein, ich bin direkt im Eingangsbereich, wo gerade ein Riesensaustall herrscht. Und ich wollte euch informieren, wieso der Plan ist für die nächsten Wochen und Monate auf unseren wunderbaren Lego-YouTube-Kanal hier. Die Situation ist folgende. Seit langem trage ich da vor mir her, dass ich eigentlich die Qualität der Videos erhöhen möchte. Und das scheitert im Moment daran, dass ich nicht fertig dokumentiert habe. Alle Sets, die im Kindergarten ausgestellt sind, sind in einer Excel-Datei. Und da fehlen Informationen. Zum Beispiel habe ich euch immer wieder gesagt, in welchem Katalog ein Set war. Und das habe ich seinerzeit mal händisch rausgeschrieben. Das war nicht so lustig. Ich habe lange nachgedacht, wie ich das umsetzen kann und bin zur Erkenntnis gekommen, dass die einzige Lösung ist, dass ich die Kataloge Set für Set durchgehe und eine Liste mache, welches Set in welchem Katalog ist. Und mir dann eine Tabelle bau, die mir das dann passend ausgibt. Das Problem an der Sache ist, dass das ziemlich zeitaufwendig ist. Also pro Katalog sitzt man da schon mal eineinhalb Stunden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich sowohl die österreichischen, als auch die deutschen Kataloge archivieren möchte, ist das recht zeitaufwendig. Deshalb gibt es heute kein neues Video, was ja nicht stimmt, denn ich mache ja gerade ein Video für heute. Deshalb gibt es ab Sonntag entweder diese Videos oder ich mache noch etwas anderes. Denn haltet euch fest. Hier ist ein Riesensaustall, ihr seht es, ich habe hier rosa Fliesen, ich habe 2x10er, ich habe 1x2er gelb, rot, ich habe 2x2er und ich habe noch ein paar andere Sachen da hinten, noch verschiedene Farben. Und ich baue gerade diese Dinger. Hast du eine Idee, wofür diese Dinger sein könnten? Wenn nicht, dann bleibt unbedingt dran und wenn doch, dann bleibt noch unbedingter dran. Denn das zeige ich euch schon in wenigen Tagen, ich bin ganz euphorisch. Und jetzt muss ich mich kurz halten, denn da draußen ist mega mieses Wetter, heute am 8.28.24, weshalb ich heute in der Früh um 5 Uhr festgestellt habe, ich werde aufsperren und bin schon sehr neugierig, ob da jemand kommt. In diesem Sinne, bis später, bis dann mit Sie irgendwann, hier auf diesem glorreichen Lego-YouTube-Video-Kanal. Am Sonntag um 12. das nächste Video, wenn ihr das glaubt oder nicht sicher. Ein Lego-Kanal. Ein Lego-Kanal. Hallo, du blickst auf. Zwei Zentimeter. Oh, da bin ich! Hallo! Ja! Freiheit, oder? Von und zu überhaupt.